Hi, das hier ist die Holobox des Oderbruchmuseums Alt-Rampf. In der scheint ein Objekt frei in der Luft zu schweben. Es ist die Illusion eines Hologramms und für uns die Zukunft des Museums. Denn digitalisierte Objekte können so überall gezeigt werden. Aber das Beste an der Holobox ist, sie ist für einen Materialwert von unter 200 Euro selbst herzustellen. Und wie das geht, das zeigen wir euch natürlich hier. Bei YouTube gibt es auch noch eine Anleitung für euch, inklusive einer PDF mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr diese Box bauen könnt. Und natürlich lassen wir euch nicht im Regen stehen, wir zeigen euch auch, wie man die Inhalte für diese Box erzeugt. Also folgt uns auf den Weg in die Zukunft der kleinen Heimatstuben und Dorfmuseen und wir sehen uns im nächsten Video.